Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Far Cry 5 und zwar geht es heute um die Outfits, die im Spiel vorhanden sind. Far Cry, ich sag mal es steht vor der Tür, am Dienstag ist der offizielle Release, aber ich weiß schon ganz genau natürlich, dass die üblichen Versender, die sehr sehr früh versenden, euch wahrscheinlich schon ein Far Cry Erlebnis am Wochenende bieten werden. Und damit könnt ihr euch wahrscheinlich dann, wie gesagt, am Wochenende schon drauf freuen, Far Cry 5 zu zocken, jemals einige, die halt online, wie gesagt, in Österreich und Co., wo immer man da bestellen kann, bestellt haben. Und deswegen schauen wir einfach mal vorher rein, wenn ihr schon mal Bock drauf habt, welche verschiedenen Outfits es alles gibt. Es gibt in Far Cry einfach die generellen Outfits, die kompletten Outfits, die wir hier haben. Dann könnt ihr euren Charakter natürlich auch einzeln anpassen, mit welcher Hose, welches Oberteil, welche Kopfbedeckung, welche Handschuhe und so weiter und so fort, das ist alles mit drin. Während wir hier durchscrollen, seht ihr dann halt auch immer, dass ihr diese Outfits freischalten könnt auf verschiedene Arten und Weisen. Der Fluchtfahrer eben gerade zum Beispiel war ein Prestige-Outfit, hierfür müssen wir eine Mission machen, damit wir das freigeschaltet haben. Hier wieder ein Prestige-Outfit, was wir halt mit Ingem-Währung kaufen können oder dahinter steht dann 250, das sind Silberwaren. Das ist also die Echtgeldwährung, die es geben wird in Far Cry 5, das war ja vorher schon klar. Für kosmometische Items gibt es Mikrotransaktionen, aber das Schöne hier an den Outfits steht halt auch dran. Dazu ein Dollarpreis, 7200 Dollar oder 400 Silberwaren. Also ihr könnt das auch mit normalem Ingame-Geld kaufen und Ingame-Geld, ihr seht es oben, ich habe das Spiel noch fast gar nicht gespielt und habe schon 2000 Dollar beisammen. Also das scheint einigermaßen zu gehen, dass auch diese 7200 jetzt nicht unerreichbar für einen sind natürlich. Und dann gibt es natürlich dazu noch wieder spezielle Outfits, die ihr halt dann über den Ubisoft-Club freischalten könnt, indem ihr die entweder im Ubisoft-Club kauft, das ist halt die erste Möglichkeit, oder dass die sowieso automatisch gratis freigeschaltet sind für euch. Bei mir ist es zum Beispiel Rainbow Six, werden wir gleich zu kommen, das ist bei mir freigeschaltet, ganz einfach deswegen, weil ich Rainbow Six habe. Also Far Cry Primal hier, das Primal-Set ist bei mir nicht freigeschaltet, weil ich halt Far Cry Primal nicht besitze. Daran liegt das einfach, dass es bei mir nicht freigeschaltet ist, Rainbow Six Teach habe ich und deswegen habe ich auch das Outfit. Das Outfit, auch dafür gibt es dann halt besondere Bedingungen im Ubisoft-Club, um die freizuschalten. Entweder halt für Geld, also halt diese Ubisoft-Punkte meine ich natürlich damit, die sind ja kein Geld, sondern halt, die gibt es ja für das Spielen von Far Cry 5, äh, von Ubisoft-Titeln. Nicht nur Far Cry 5 natürlich, Ubisoft-Punkte könnt ihr ja in allen Spielen verdienen. Und das sind jetzt hier die einzelnen unterschiedlichen Oberkörper-Outfits, das ist also nochmal eine ganze Ecke mehr, als es an Standard-Outfits gibt. Da sind also noch viele andere Items dabei, da so, dass die Outfits nicht einfach nur zusammengesetzt sind aus dem, was es hier gibt, sondern es gibt in den einzelnen Kategorien doch mehr Kleidung freizuschalten oder zu kaufen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Zum Beispiel, der Fallenstelle hatte ich jetzt nicht gesehen, habe ich aber auch nicht so wahnsinnig drauf geachtet. Fluchtfahrer gab es auf jeden Fall auch als Komplett-Outfit. Also, da könnt ihr dann ganz frei wählen und euren Charakter ganz frei zusammenstellen. Ja, ansonsten gibt es so den Outfits erstmal so weiter nicht zu sagen. Ich werde natürlich noch ganz, ganz viele Far Cry 5 Videos für euch bringen hier auf dem Kanal, das ist ganz logisch, ne. Also, einfach nur, ja, der Einhorn, das Einhorn, das fand ich wirklich super süß, ne. In rosa mit Einhorn, wirklich schön, aber auch hier auf andere Spiele bezogen, finde ich es richtig geil. For Honor, Watch Dogs 2, gleich kommen wir natürlich zu Assassin's Creed, ne, was ihr euch wahrscheinlich alle sofort kaufen werdet für 1800 Dollar, das geht auch noch. Oder ein Boomer-T-Shirt, Boomer ist ja der kleine Hund, der uns zur Seite steht. Hope County, die Cougars, also es ist wirklich eine Menge dabei, finde ich, was wirklich gut aussieht, was cool aussieht. Und vor allem, was man ja dann auch alles ja dann im Arcade-Modus tragen kann, wenn man da im Multiplayer spielt. Also ist es nicht nur, ja, für euch selber schön anzuschauen, sondern ihr könnt halt auch anderen Leuten zeigen, hey, hier, so sehe ich aus, das trage ich. Also, daher, Charakteranpassung fand ich schon immer sehr, sehr gut, wirklich auf jeden Fall. Das hat mir gefallen, wenn es da viele Möglichkeiten gibt. Und die gibt es auch hier. Ich hoffe, es artet nicht zu sehr in wirklich Mikrotransaktionen aus, dass man wirklich genug Kohle beisammen bekommt. Und so im Spiel, da muss ich mich selber noch überraschen lassen. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es dem so sein wird. Aber wahrscheinlich wird es auch wieder, ja, für ganz viel, ja, Silberbarren sind es ja in diesem Fall, sind ja keine Helix-Credits, sondern Silberbarren auch irgendwelche mega coolen Sachen geben, die es dann erstmal nur für Silberbarren gibt. Ich meine, wir haben das bei Assassin's Creed ja kennengelernt. Ich denke nicht, dass Ubisoft da von seiner Route abweichen wird. Ich hatte es ja schon mal in einem Video erwähnt, ne, mehr als die Hälfte des Umsatzes von Ubisoft kam im letzten Geschäftsjahr aus den Mikrotransaktionen. Also, warum sollte man, ne, dann aufhören, die Kuh zu melken, solange sie noch Milch gibt? Ist meine Meinung eure. Ich kenne sie, die meisten sagen auch, Mikrotransaktionen dürfen nicht sein. Ihr könnt gerne unten natürlich reinschreiben in die Kommentare, was meint ihr zu den Mikrotransaktionen. Und wie gesagt, solange es nur solche Items hier betrifft, finde ich das ehrlich gesagt eigentlich relativ egal. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann, wer dann sagt, ach Mensch, das Ding ist mir 5 Euro wert oder so, der soll es machen. Und wer sagt, ne, finde ich doof, der lässt es halt sein. Das ist meine Meinung dazu, dass jeder, solange es rein optional ist und nicht spielverbessernd ist, ist mir das, wie gesagt, wirklich ziemlich egal. Da soll jeder das machen, wie er gerne möchte. So, Haare brauchen wir nicht zu zeigen, weil Haare, das ist ganz normal bei der Charakteranpassung, da gibt es nichts anderes, Neues. Das ist, beschränkt sich also hier rein auf die Kleidung, wo es halt eine vielwertige Auswahl gibt und die bestimmt auch noch ganz, ganz vielwertig, vielfältig aufgepustet werden wird. So gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Und das soll es dann hier auch schon fast gewesen sein, sage ich mal, zum ersten, nicht zum ersten Video zu Farquay, aber zum ersten Ingame-Video natürlich von Farquay. Morgen 21 Uhr wird es bei mir auch einen Farquay 5 Stream geben. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel noch nicht vorbestellt habt, könnt ihr euch dann morgen bei mir auf dem Kanal erstmal schlau machen, ist denn Farquay 5 für mich was, ja oder nein, soll ich es mir kaufen. Dafür sind ja immer diese, sage ich mal, relativ frühen Streams ideal, um einfach zu sehen, aha, das Spiel liegt mir oder, ach nee, ist es doch nicht das, was ich erwartet habe. Da werden wir uns also ganz, ganz viel angucken morgen im Stream um 21 Uhr. Ich hoffe, ihr werdet dabei sein und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig darauf freuen, wenn ihr auch einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert, weil dann verpasst ihr hier kein neues Video und vor allem nicht ganz, ganz viel Farquay 5 Content, den ich euch natürlich liefern werde, neben dem Livestream, der morgen kommt. Wir werden natürlich ganz viele Guides von mir sehen zu Farquay 5. Wir werden uns nochmal die Skills angucken. Wir werden uns nochmal die Map angucken. Also alles, was ich euch praktisch vorgeben präsentieren darf, werde ich euch präsentieren, damit, wie gesagt, für euch die Entscheidung am leichtesten fällt, ob ihr das Spiel haben wollt oder eher nicht. Ja, in dem Sinne ist es für mich auch schon Zeit, mich zu verabschieden. Ich lasse euch hier mit den letzten, ja, Handbedeckungen, mit den letzten Handschuhen alleine. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wie gesagt, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wir sehen und hören uns hoffentlich im nächsten Video. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.